Herzlich willkommen zurück zu diesem nächsten Video aus der FAQ-Videoserie zum KNX IP Baos 777. In diesem Video wollen wir uns mal die grundlegenden Parameter des Baos anschauen und sehen, wie diese die Web-Oberfläche des Baos beeinflussen. Ich befinde mich jetzt hier in der ETS 6 und habe hier ein kleines Projekt vorbereitet, bestehend aus einer Twisted-Pair-Linie. Und diese angeschlossen bzw. hier hinzugefügt ist zum einen ein KNX IP Router 752 Secure und der KNX IP Baos 777. Und dann wollen wir uns doch mal die Parameter des Baos anschauen. Ich wechsle also auf den Baos und auf die Parameter und dann landen wir hier auf der allgemeinen Seite. Hier kann ich jetzt zunächst einmal ein Display-Synchronisierungskommunikationsobjekt aktivieren. Das ist dieses hier. Über dieses Display-Synchronisierungsobjekt wird informiert, sobald das Display aus dem Ruhemodus erwacht, also das Display bedient wird. Und darüber kann auch geschrieben werden, dass von extern das Display aus dem Ruhemodus wieder erwacht. Bedeutet jetzt beispielsweise, wenn mehrere Weinzielgeräte mit Display verbaut sind, kann man somit die Displays gleichmäßig synchronisieren, dass diese zur selben Zeit eben aus dem Ruhemodus in den aktiven Modus schalten. Hier unten drunter kann ich Benutzername und Passwort festlegen für die Web-Oberfläche. Das ist standardmäßig hier auf Admin-Admin gestellt und hier kann ich eben Benutzername und Passwort anpassen. Das war es schon zur allgemeinen Seite. Schauen wir uns mal die unterschiedlichen Dienste an. Hier gibt es jetzt verschiedene Dienste, die ich aktivieren und deaktivieren kann. Standardmäßig ist hier erst einmal alles aktiviert. Senden von Benachrichtigungen bedeutet, dass Clients, die an diesen Baos angeschlossen sind, eben über Objektveränderungen informiert werden. Über Tunneling kann ich die Tunneling-Schnittstelle oder das Baos aktivieren oder deaktivieren und hier unten kann ich die einzelnen Baos-Services aktivieren oder deaktivieren. Wir wollen uns zunächst einmal mit dem Web-Server beschäftigen. Ansonsten kann hier noch eingestellt werden, ob auf Suchanfragen auf dem KNX-Bus reagiert werden soll und die Eingabe am Gerät über das Display kann ja auch aktiviert oder deaktiviert werden. Und damit wären das auch schon die Dienste. Und jetzt schauen wir uns an, wie wir die Web-Oberfläche, das Baos beeinflussen können über die Building-Page und über die Räume. Über die Seiten Building und Räume können Funktionen zum Web-Server und der Visualisierung hinzugefügt werden. Also beispielsweise Licht schalten, Jalousie fahren, Status anzeigen etc. Und dafür öffne ich jetzt einmal das Web-Interface des Baos und logge mich hier einmal mit den Standard-Nutzerdaten ein. Und dann sehen wir jetzt hier, dass noch keine Räume hinzugefügt wurden und auch noch keine Funktionen hier zu sehen sind. Das wollen wir jetzt mal ändern. Dafür wechsle ich hier wieder in die ETS und der Building und benenne das erst einmal um, beispielsweise in Allgemein. Unter Building bzw. hier jetzt Allgemein können Funktionen hinzugefügt werden, die keinem Raum zugeordnet werden können. Also beispielsweise die Wetterstationen oder Alarmmeldungen. Diese können dann hier hinzugefügt werden. Und unter Räume kann ich bis zu 24 Räume aktivieren. Ich mache das jetzt mal für den ersten Raum. Dann kann ich diesen Raum zum einen umbenennen und kann hier bis zu 16 Funktionen pro Raum aktivieren. Bevor ich jetzt hier eine Raumfunktion aktiviere, benenne ich diesen zunächst einmal um, beispielsweise in Küche. Und als nächstes aktiviere ich jetzt hier mal in der Küche eine Funktion. Also klicke ich auf Funktion 1 ein und habe hier jetzt unterschiedliche Funktionen, die ich auswählen kann. Ich nehme jetzt einfach mal eine Schaltfunktion, benenne die oben in Beleuchtung und dann tue ich diese Änderungen einmal auf den Bauhaus herunterladen. Und dann schauen wir uns noch einmal die Web-Oberfläche an. Ich logge mich jetzt hier wieder mit den Standarddaten ein und dann sehen wir jetzt hier, wurde der Raum Küche angelegt, da hier jetzt eine Funktion hinterlegt ist mit dem Namen Beleuchtung. Ich kann hier jetzt noch weitere Funktionen hinzufügen, zum Beispiel eine Temperaturverstellung, nenne ich jetzt einfach mal Sollwert, beziehungsweise das hier ist die Ist-Temperatur, das ist die Anzeige. Und auch unter Allgemein füge ich mal eine Funktion hinzu, beispielsweise jetzt ein Türkontakt, Eingangstür. Auch das lade ich wieder auf den Bauhaus herunter. Und dann sollten diese zwei neuen Funktionen jetzt auch sichtbar sein. Ich muss mich hier jetzt wieder einloggen. Und dann sehen wir jetzt hier unter Allgemein die Eingangstür, denn die ist keinem Raum zuzuordnen. Und unter Küche haben wir jetzt hier auch die Ist-Temperatur. Und so ist grundsätzlich der Bauhaus, beziehungsweise die Visualisierung des Bauhaus aufgebaut. Ich habe hier in dem Bauhaus die 24 Räume, die ich aktivieren kann. Bei diesen 24 Räumen können bis zu 16 Funktionen aktiviert werden. 10 Basisfunktionen und hier unten die 11 bis 16, das sind erweiterte Funktionen. Hier sind beispielsweise noch Wasseralarme, Anwesenheiten etc. mit dabei, die ich hier oben nicht aktivieren kann. Und neben den Räumen gibt es eben auch diesen allgemeinen Reiter, wo eben auch nochmal 1 bis 16 Funktionen aktiviert werden können. Und wie sieht das jetzt in den Kommunikationsobjekten aus? Naja, für jede Funktion, die wir jetzt eben angelegt haben, wurde hier ein entsprechendes Kommunikationsobjekt erzeugt. Also für die Eingangstür wurde ein Türkontakt angelegt, für die Beleuchtung ein Schaltenobjekt und für die Ist-Temperatur ein Temperaturstatusobjekt. Und darüber wird die Visualisierung des Bauhaus parametriert. Und ich sehe eben alles aus der ETS heraus, wie die Visualisierung konfiguriert wurde und brauche hier keine zusätzlichen Tools. Wir wollen uns jetzt noch einmal die Settings im Webinterface anschauen. Diese kann ich hier oben aufrufen und dann kann ich hier dem Gerät zunächst einen Namen geben, der eben auch im Display angezeigt wird. Hierüber kann die physikalische Adresse aus dem Webinterface noch vergeben werden. Und hier unten drüber sieht man, ob eine Busverbindung aktiv ist und ob der Programmiermodus aktiviert wurde oder nicht. Dieser lässt sich auch hier über das Webinterface aktivieren und deaktivieren. Über Network kann auch über das Webinterface noch einmal die Netzwerkeinstellungen, also die IP-Adresse, DNS-Einstellungen verändert werden. Zusätzlich ist auch die MAC-Adresse sichtbar. Hierbei muss man jetzt beachten, wenn man über das Webinterface die IP-Adresse ändert, dass man diese dann auch hier oben ändern muss, um wieder auf das Webinterface zugreifen zu können. Über E-Mail, das schauen wir uns auch in einem späteren Video noch einmal genauer an, können zum einen die Sendereinstellungen geändert werden, also von welchem Web-Server bzw. Mail-Server die E-Mails verschickt werden und wer die Empfänger sind. Da sind bis zu fünf E-Mail-Adressen möglich, diese hier zu hinterlegen. Über den Reiter Date & Time kann Datum und Uhrzeit des Bauhaus eingestellt werden. Entweder kann das Ganze manuell geschehen oder ein NTP-Server kann aktiviert werden. Dieser kann dann entweder aus dem Web erreichbar sein oder beispielsweise ein NTP-Server auf dem Router sein. Über die unteren beiden Menüpunkte Date & Time-Server kann der Bauhaus auch als Zeitgeber aktiviert werden. Wie man das macht, das sehen Sie in einem separaten Video. Deshalb gehe ich hier nicht weiter darauf ein. Den nächsten Reiter Services haben wir bereits in der ETS gesehen, denn das sind genau die gleichen Menüpunkte hier. Über Server-Items sind weitere Datenpunkte zu sehen, die primär für die Bauhaus-Schnittstelle gedacht sind und hier jetzt nicht für die KNX-Applikation relevant sind. Unter Maintenance kann ich zum einen den Cache löschen, dann das Gerät einmal neu starten bzw. nur die Server-Applikation neu starten und hier das Gerät komplett neu starten. Als würde ich quasi das Gerät aus- und wieder einschalten und hier unten, das ist dann primär dafür gedacht, wenn Sie mit dem Support zu tun haben, hier können Sie eine Check-Routine durchführen und diese Datei dann erzeugen lassen. Und zu guter Letzt über Device-Update kann das Firmware des Bauhaus aktualisiert werden. In meinem Fall ist jetzt hier die Firmware 403 installiert. Das kann bei Ihnen durchaus eine andere Version sein, je nachdem wann Sie das Video schauen. Und damit schließen wir dieses Video auch ab. Wir haben jetzt gesehen, wie die ETS-Parameter die Visualisierung des Bauhaus beeinflussen, also wie Räume angelegt werden können und Funktionen angelegt werden können. Und zudem haben wir uns noch einmal die Parameter in der ETS und auch hier im Webinterface angeschaut. Ich hoffe, Ihnen hat das Video gefallen und ich freue mich, Sie in einem nächsten Video begrüßen zu dürfen. Also, bis dahin!